Herzlich Willkommen zur weiteren Motorevo und zwar schauen wir uns heute die Map Jochgrim Paso Oklini von Serpe Games YouTube an. Den Motorevo Link könnt ihr gerne in den Steam Workshop downloaden. Wir haben auf der Map insgesamt 10 Pisten und 5 Lifte. Die Hütten heißen Hotel Schwarzhorn, Malga Varena und Easy Hütte. So wir starten hier vorne, hier kommt die Straße hoch, hier vorne haben wir auch ein Dorf. Hier spawnt man bei dem blauen Auto hier. Hier haben wir Sporthotel in der Wadze. Weiter geht es hier bei der Straße und hier ist man eigentlich schon im Skigebiet. Hier haben wir vorne einen kleinen Lift, einen Tellerlift. Hier haben wir zwei Pisten nach unten bis hier vorne. Und zwar ist es der Malga Varena. Lift, der hat einfach zwei Pisten, kein Anschluss an den anderen Teil vom Skigebiet. Weiter geht es hier auf der Straße. Hier vorne haben wir auch eine Pistenbundigarage in zweifacher Ausführung einmal. Die andere Seite wurde zugebaut. Dann hier ein kleiner Parkplatz, eine Hütte hier und hier dann auch zwei Schlepplifts. Zwar den Kornonero 2 und den Kornonero 1. Führen beide hier hoch. Einmal mit Portalstützen, einmal mit T-Stützen. Bis hierhin Ausstieg links und rechts. Zwei Pisten hinunter, Speicherteil auch vorhanden. Ja, weiter kann man dann hier vorne hinfahren. Hier stehen zwei Förderbänder. Und einen Übergang hier über die Straße gibt es auch. Nun haben wir hier noch einen Lift und zwar den Kornon Bianco. Zwei Sessellift fix geklemmt, führt hier hoch bis hier oben hin. Hier kann man dann runterfahren. Wieder zu mehreren Pisten hier hin. Dann fahren wir mal rüber hier zur anderen Seite. Kommt man hier hin. Dann hier runter. Hier gibt es noch eine Hütte. Und zwar steht dann hier der Dolar Titzer Lift. Dolar Titzer Lift. Zwei Sessellift wieder fix geklemmt, führt hier hoch. Und dann ist man hier am höchsten Punktgeschirrgebiet. Und dann kann man hier wieder runterfahren. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Viel mehr gibt es hier nicht zu zeigen. Schreibt eure Meinung an in die Kommentare. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Und damit ciao Leute. Und bye.